hallo und willkommen wieder zurück zu spyro 3 year of the dragon beim letzten mal war bei bendlis aus dem posten gewesen und haben uns wieder mal die gartenstadt welt begeben weil nun können wir bendlis abschnitt im bereich bambus terrasse betreten und da das level ja noch nicht vollständigt ist würde ich mal sagen ja wieder zurück zur bambus terrasse wenn ich verkehrt und da war dann in bendlis abschnitt drei dieser rinoc stört schon nicht auf dem weg zum abschnitt voll die taste verwechselt passiert jetzt geht es erstmal hier rüber na nicht rausgehen hier dieser abschnitt den kommen wir jetzt betreten und das machen wir jetzt auch ein schöner tag für einen kleinen spaziergang ich wollte gerade auf meinen lieblings hügel steigen da sind wir schon ich glaube ich habe einige rinoxe mit einem ei den hügel hinauflaufen sehen ja tatsächlich hier ist es einiges hier und große rinoxe dieser stein hat jetzt gerade nichts gegeben es ist fraglich ob der was mit einem könnerpunkt zu tun hat wenn ja umso besser oder es ist einfach nur ein stein kommt gerade einer die kamera kommt mir gar nicht hinterher oh ein glück danke mauer das ist nochmal ein leben 37 das ist jetzt auch nicht so schlecht herr wirklich ich glaube ich habe hier eine abkürzung entdeckt ernsthaft ach so wegen den abhang muss da rankommen das gibt nochmal ein leben und volle gesundheit an die flasche hab sie 38 leben das ist auch schonmal ein leben mehr denkt der rinox wirklich mit so einem einfachen stein ist es getan kann ich einfach so zu mir schleudern ja so ja die edelsteine sind gesammelt jetzt das drachenhai 1 91 auch das letzte ei offenbar hat es damit nichts zu tun naja ich denke schon bald wissen wir mehr es waren vielleicht einfach nur so steine gibt es ja auch gibt es ja auch aber das war es jetzt also das level ist jetzt beendet und verlassen wir es mal wieder gut dass das gerade so hier steht jetzt haben wir schon wieder 5000 auch nicht verkehrt also insgesamt ja und was gibt es jetzt sonst noch in der gartenstadtwelt zu holen nichts mehr weil jetzt dadurch dass die bambus terrasse jetzt vollständig ist ähm ja auch schon mal was gutes was soll man dazu sagen sollte euch das video gefallen haben hier mal daumen nach oben und das abonnieren nicht vergessen aktiviert auch am bestenfalls die glocke damit ihr nichts mehr verpassen könnt und ja ich hoffe das video hat mir gefallen und da sag ich mal bis zum nächsten video von 1 2 3 bis dahin alles gute haut rein doch diese paar schmetterlinge die jetzt auch da sind hatten jetzt aber keinen zweck gerade noch auf ein extra leben jetzt gerade mal zum schluss des videos hätten wir aber fast denken können dass da vielleicht was gekommen wäre aber naja so wie man es nimmt bis dahin alles gute bis zum nächsten video